Leute, willkommen zu Dark Souls und zu Game Inc. Du wolltest doch keine Unlock mehr machen. Achso, stimmt. Dann schneide ich raus. Dieses Mal habe ich kein Loch im Pulli. Zack! Meinst du, da waren wir noch nicht? Wir haben den Morgenstern noch nicht. Oh, schön. Also waren wir hier noch nicht. Zack, Schatzke ist daheim weg noch. Ich denke jedes Mal, wenn ich diese Kette sehe, da ist so ein Mimic drin. Dann nehmen wir eigentlich Ton auf. Über die, ganz billig. Ganz billig ist da nicht ein bisschen zu billig der Fernseher zu laufen? Der kann ein bisschen leise machen. Das ist ja komisch, ne? Game One macht es ja nicht mehr. Mit den Stöpseln. Die machen es einfach im Fernseher sehr leise. Ja. Ja. Weißt du, was ich da alles noch gespielt habe nebenher? Ja, aber ich meine, das ist die Dark Souls Steuerung. Wir sprechen hier von Dark Souls, das ist nicht dein Spiel, das ist Dark Souls. Ne, ich komme jetzt sofort an. Mehr kannst du jetzt echt nicht wollen. So, mach weg zu sehen. Das Gute ist, ich sehe grad, du hast mal ein Insektenkissen erschlagen. Äh, nein, also nicht bewusst. Sie hat was von deiner Mutter. Du weißt gar nicht, wie meine Mutter aussieht. Doch, natürlich weiß ich das. Wie sieht sie denn aus? Na ja, groß kommt brauhäugig. Du sollst dich von meiner Freundin reden. Verschmeichelten wir zwar sehr. Aber wir haben keiner, keinerlei Sehe. Und wir haben ein Problem. Ich kann mir schon vorstellen, wie das, letztes Mal, als wir hier aufgehört haben, aussah. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, da muss schnell uns in den Aufzug retten. Und jetzt, wir sind f***t. We definitely, ja. Der Kollege hat's aber. Ich glaub, das ist zu fett für die Stufe. Ich glaub's auch. Wir hoffen einfach mal. Wir setzen uns mal hier dran. Das geht. Okay, wir haben 10 Fluggons. Und wir haben dieses Ritterschild. Ritterschild, weißt du grad? Du bist doch hier Profi. Äh, das ist richtig, aber... Der wurde gar nicht zurückgesetzt. Ja. Ähm. Scheiße. Ah ja. Was gibt's denn? Ob das 100% abwärts ist. Was macht er denn jetzt? Geht der grad tierisch auf den Sack? Ich glaub ja. Gut, wir haben sie auch grad exakt gezogen. Also musst du schauen. Jetzt ziehen wir nix ab. Was ist da los? Waren wir zu flott wieder? Gleich. Hoa! Jetzt hat er schon so ne riesen Schild. Und dann benutzt er's nicht. Ja. Das ist das Turmschild, ne? Ja. Aber ein gutes Schild ist das schon. Also für den Anfang. Das macht so 100% schade. Ich weiß immer nicht. Der zweimal schlägt. Ja. Das sieht ein bisschen behält. Aber okay. Kleine Scherung, meine Damen und Herren. Ach, so. Und dann sehen auf unser Konto. Tschuuu. Ding, 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 ding. Kamera ist ein bisschen verwackelt. Und ich bedenk... Ich hab das bestimmt... Sag ich das in jeder zweiten Dark Souls-Folge. Ich hab glaub ich... Acht Stunden gebraucht, um bis hierher zu gucken. Ich bin da so lange an diesem ersten Ding gehangen. Ich kam einfach nicht dazu. Ja, man war damals ziemlich schlecht. Ich mein, ich glaub dadurch, dass du's bei mir gesehen hast... Das hat er vor. Ja, ja, ja. Hattest du da ein bisschen... Die Art und Weise... Ich bin da auf jeden Fall schnell dadurch. Ich kann sie halt an die Wege. Hier in der Burg... Allein... Aber ich hab auch... Wie verschachtet das hier alles am Anfang ist. Ich dachte mir... Okay, hier ist der Weg. Oh, da kann man ja noch weiter. Und am Anfang war das so... Das ist ja riesig. Allein dieses kleine Stück... Wenn du's kennst, ist es natürlich nicht mehr so... Aber es war gigantisch groß für mich. Ja. Weil er immer... Noch was entdeckt hat, was man finden konnte. Und am Ende landet man bei den Geistern. Nee, da bin ich, glaub ich nicht. Das wusste ich ja, glaub ich. Aber du bist zu den Skeletten auf jeden Fall nochmal. Schutz. 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 Wir machen das hier mal ganz safe. Ich glaub mein Gott, tierisch auf den Sack. So kann. Sehr richtig gewinnt. Ja, die Axt ist jetzt stumpf. Aber es stunt ihn ein bisschen. So, das. Es fällt ihm ein. Ja. Die waren schon echt heftig, die Gegner hier. Hier hab ich ewig gebraucht und ich find's heute noch ein bisschen schwierig. Es kommt drauf an, wenn ich manchmal Glück, dann ruft da gar keiner. Und dann kann man ihn töten, ohne die Bagage zu kriegen. Die sind ja nicht so wild, aber wenn's dann alle auf einmal sind, ist... ...zuschlagen. Ja. Dann mach ich's gern so wie bei Hammerwatch. Da ist Hammerwatch. Ähm, so um die Ecke und dann warten. Aber es ist grad erfreulich dynamisch. Das hatte ich grad gar nicht so... Na genau. So mit diesem... ...lecker rollen. Das funktioniert alles schon sehr gut. Ja. Ich hab's ein bisschen mechanischer im Kopf. Das beste Spiel aller Zeiten. Nach Dark Souls, Moment. Alles ist nach Dark Souls. Selbst Dark Souls ist nach Dark Souls. Jesus war nach Dark Souls. Seitdem haben wir die Zeitrechnung... ...fünf Jahre nach Dark Souls. Ist das schon so alt? Glaubst du? Ja, das wird's nicht. Nix! Wie ich sehe. Nix! Weißt doch, wir werden auch alt. Ja, nicht jünger. Befreist du den? Äh, ja. Um ihn dann gleich zu killen. Ist das aber... Hey, ich weiß, auf was ich mich da einlasse. Dann geht nur auf den Sack. Sack! Ja? Und sie sind Scheiße effektiv? Eine Schüssel haben sie sicher... Der heilt sich gleich wirklich. Ja, gespeist. Shazam! Das Beste! Dick-Engine dürfen sie nicht ändern, das muss so beschissen sein. Aber Texturen können sie mal hübscher machen. Ja, die könnten echt mal... Also die Texturen, selbst wenn das HD-Texturen wäre, würde sie scheiße aussehen. Dankeschön, ich bin ein Trieger. Hier wirkt es nicht so, hier ist alles ein bisschen verschwommener. Wie soll ich so sagen, es ist nicht ganz so scharf dadurch auf der Konsole. Es wirkt stimmiger. So, wie Sean. Wie Sean? Sean das Schaf. Ich kann dir nicht folgen. Möchtest du jetzt eigentlich die zwei da oben versuchen, wenn du da den Weg schon freigeräumt hast? Nein, ich würde jetzt gerne meine Seelen verwenden. Um für was? Aufzuleveln. Oh du Scheiße. Ich muss so weit kommen. Ich habe so das dumpfe Gefühl. Ein Faktor. Scheiße. Ich habe Hunger. Du hast. Ich auch. Du hast. Ja. Ja. Oh. Die Frage ist? Nein. Mhm. Es ist halb 10. Das lohnt sich nicht mehr. Nein. Es trinkt mir niemand, der da holt. Falls er schon da ist. Ah ja. Am besten ist, wenn du ihn trittst. Nein. Ich kann ihn noch nicht angesehen, weil es kein Gegner ist. Ja. Schade. Nun, was ist hier? Nein! Oh Gott, das für mich. Marie. Oh. Du bist aber. Aha. Ich wollte nicht über Tote lachen. So. Den Tod als Seuchen. Was stand da? Versuch es mit Hinweis. Ach, keine Ahnung. Ich habe es mit Hinweis. Vier und Franz. Vorsicht. Heiliger. Ja, ja. Äh. Dann machen wir mal. Ah ja, gute alte Zeit. Weißt du noch? Nein. Wann haben wir das aufgenommen? Nein. Unser Durchgenudel. Das will ich auch nicht wissen. War das vor zwei Jahren? Wir haben ja auch. Oh. Ja doch. Es war warm. Es war warm. Die Frage. Ja. Beschissen warm war es. Dann war das Fenster auf und aus dem Fenster herein. Da hat es gelacht. Und zwar gequiext. Ich glaube wir müssen noch ein paar Mal. Ich glaube das braucht noch eine Zeit. Na gut. Dann geht es weiter. Dann ruckelt es sich wieder zu Tod. Es ruckelt. Ja. Pass auf. Aber es scheinen immer noch Leute das zu spielen. Mhm. Ja. Sahra Mode. Zwei, drei Jahre alt. Ja. Ja. Ich habe es mir glaube ich relativ zum Release geholt. Das war doch ein Klassiker. We call it the classic. Ja. In der Special Edition mit Apple und Sunshine. Super ist das. Also günstiger war als die normalen. Ja. Und Dark Souls 2 in der übertriebenen. High End. Dicke Eier. Statue. Wir müssen mal hier so einen Schrein hinbauen. Hier so hinter uns. Da haben wir ein bisschen Platz. Und dann. Ja. Wird erstmal fünfmal verbeugt bevor man das Haus verlassen darf. Ja. Ich merke grad ich bin gar nicht so right in the frame. Ich bin immer so ein bisschen außerhalb. Ja. Ich schneide es einfach so. Dass du auch diese Beplatzer hast da. Hier die. Anger Bälle. Für sein Anger Management. Ja. Ist das nicht ne Serie? Ja. Ist das nicht ne Serie? Ist das nicht ne Gag? Achso. Ich guck mal ob ich auf meinen noch finde. Dann hätten wir vier. Und dann können wir jonglieren. Ja. Das ist nur ein bisschen scheiß wahrscheinlich mit dem Kreis. Ach. Das. 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 Das wird ewig dauern. Wie lange nehmen wir denn schon auf? Ich glaube lange. Du glaubst lange? Ah 24 Minuten. Ich meine es ist Dark Souls. Es geht immer lange. Ja. Das ist richtig. Ich werde sterben. Oh. Das kann sein. Ich werde sterben. Hast du schon einen Flakon überwuchst? Äh. Bevor ich durch die Menü gegangen bin. Ja. Ja. So sieht es nämlich aus. Das ist ja nämlich. Schwanzlos. Ja. Jetzt kann er da schon mal nicht mehr angreifen, wo das ist. Ja. Ich merke aber gerade, dass man doch echt langsam was ist. Das Feuer ist so ein bisschen das Problem für mich. Wenn es zwei sind und einer dann mit seinem. Uiuiuiui. Ich bin dann immer auf eine Seite gerannt. Weil meistens dann immer nur einer und die haben sich gegenseitig blockiert. Ja. Aber ein super Schilf. Muss man sagen. Wenn mir sonst nichts hat. Vielleicht doch die Waffe vielleicht voll verzaubern sollen. Ja. Ach. Du bist auch noch der Falsche. Na gut. Weißt du eigentlich, ob man das Hammer ausschalten kann? Wie kann man das nicht im zweiten? Im zweiten? Ich meine, ich kann's das. Ersten weiß es leider nicht. Okay. Es blockt halt keinen Feuerschock. Ja. Warum ist das so blöd? Ah, das hab ich nicht gesehen. Hallo. Hallo. Kann ich mich da festhalten? So, ich hab's feucht gemacht. Jetzt darfst du's. Ah. Trocken lecken. Ja. Nehmen wir noch einen guten Schluck. Gefefferten Schluck. Getränke. Vielleicht ist er auch mittlerweile unsauer. Unser Schatz. Ja und du hast gedacht, ich hätte Dosen gekauft. Ja. Ich dachte. Finde ich besser. Aber dann würdest du dir doch nicht schenken. Aber gut, ich meine. Was hast du denn gezahlt? Das ist ein Geschenk. Da sagt man sowas nicht. Oha, da hat jemand aber Knie gestudiert. Ja. Da, da haben wir doch Gold, Gold, irgendwas. Ja. Du meinst, ich solle das benutzen? Ja und zwar möglichst. Da haben sie sich aber Zeit lassen, hey. Aber gut, so eine Leiter ersteigt sich halt nicht von alleine. Das erkennt sich jetzt halt. Das ist ja super. Das jüngste ist schon da, wenn du reinkommst. Ja, danke. Ja, ich weiß nicht, ob das... Na schon. Ja, aber das will ich das Spiel. Was gibt's? Ich verstehe. Das ist ja richtig Teamplay. Ja, das ist in der Action drin. Ein bisschen schwierig. Jetzt zum Beispiel. Jetzt zum Beispiel. Oder jetzt zum Beispiel. Möglicherweise jetzt. Scheiße. Scheiße. Ich hab dir doch extra... Ja. Was fubbelst du denn da jetzt rum? Ich fubbel gar nicht. Wie kann man es denn so verkacken? Ich weiß auch nicht, wie ich auf die Idee gekommen bin. Kannst du gleich nochmal nehmen. Was? Ein Flacon. Stimmt. Die taugen noch nichts. Ich merk's. Wir können mal Aufwertung holen. Jetzt ist der andere schon da. Hey, das hat ja gar nichts gerüstet. Oh je, oh je, oh je. Hey, das geht noch. Oh je, 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 oh je. Ja, weil es das denn noch schwierig macht. Ach so. Ich dachte, was ich sonst keiner mag. Ich seh schon, das darfst du noch mal machen. Das Dach ist ruiniert nach dem Kampf. Der Wind, wenn wir das beschädigen würden. Also da regnet's nachher schon mal ein. Da möchte ich mich beschweren als Pfarrer. Wir garantieren so. Ich kenne mir jetzt gerade auf den Sack. Ja, ab da wird der Kampf echt lange, weil man musste immer gucken, dass man einzeln trifft und dann ausweicht. Oder daneben schlagen und Feuer und Tod und Verzweiflung. Was soll das heißen? Das war auch eine übliche Nachricht gewesen, Verzweiflung. Ja. Oder ich kann nicht mehr oder so. Das Spiel ist halt immer so teuer, ne? Hä? Ich kann mir nicht immer alle Spiele holen, damit wir mal was zu spielen haben. Ja, wie? Also, also bitte. Na, welche Spiele hast du, was ich nicht hab? Außer Uncharted oder etwas von Uncharted. Final Fantasy. Und Final Fantasy. Und, also ich hab, also, also bitte. Was denn? Tomb Raider. Aber... Habe ich alle. Ja gut, mittlerweile. Aber das hab ich ja wohl weit vorher gehabt. Das kannst du nicht beweisen. Und dann hab ich... Torchlight? Torchlight ist super. Dann hab ich... Dann hab ich... The Forest hab ich gekauft. Das ist wichtig. Das andere Zombiespiel hab ich gekauft. Ja, beide Kacke. Jaaa... Ach, The Forest ist gar nicht so schrecklich. Ja, die müssen das halt mal fertig machen und dann wird man sehen. Ich seh schon. Man meint immer, er wär fertig. Und dann kann er doch nochmal. Es wär cool, wenn du so ein Item hättest. Irgendwie das allsehende... Äh, was weiß ich? Das allsehende, was weiß ich? Ja. Boah, wie er sich reiberacht in der Seite. Wenn du so über... Macht diese Bezeichnung auch Sinn? Ähm... Da bin ich mir nicht zu sicher, Kredo. Ja, das... Und... Wenn du das halt angelegt hast, kannst du auch den Stamina-Balken sehen. Das ist spät. Ja. Äh, ja. Willst du gehen? So. Jetzt schon? Wir haben doch gerade erst angefangen. Nein. Wir machen das hier nämlich schon wieder. 35 Minuten. Das hat jetzt ein gutes Stamina gezogen. Das war ja auch ein richtiger Schlag. So wie jener. Jetzt musst du aber schon mal schlagen. Ja, doch. Jetzt hetzt mich nicht. Ich hetzt dich aber. Die Verzauberung ist jetzt auch nicht ewig jetzt aber eigentlich bis rechts. Kurzweilig. Jetzt kommst du da runter. Jetzt kommst du aber da runter. Jetzt kommst du aber da runter. Unfähr. Dritten Durchlauf oder so. Oh, wie assig. Und schaffst du auch. Wie assig. Hm. Versuch das jetzt nicht nochmal. Du versuchst jetzt nicht nochmal. Aber in den Wald gehen. Um was dort zu machen? Gucken wir uns um. Machen ein bisschen was. Wir gehen zu den Drachen. Ne. Es ist 22 Uhr meine Damen und Herren. Ach. Wir machen fertig für heute. Wir machen fertig. Ja. Wir sind auch ganz fertig. Und das nächste Mal wenn ihr wieder einschaltet auf diesem Kanal und nur auf diesem Kanal. Nein. Nur auf diesem Kanal. Wenn ihr abonniert habt. Wir gucken das nach. Ähm. Kommt unsere neue. Die beste Rubrik. Viele haben davon gehört. Keiner hat's gesehen. Mit dem schönen Namen. Alles haben wir nämlich gespielt. Das war eigentlich dein Einsatz den du wieder fabelhaft verpasst hast. Aber so ist es halt. Ungeprobt. Ungefiltert. Unkommentiert. Julian Würstner-Rassel. Das war's. Und wir sagen Tschüss und auf wiedersehn. Je lié. Je lié. Je lié. няя.